Sind wir fertig? Ja, brav, brav. Ich bin hier mit der Professorin von der Uni Bern. Ich sage es nicht, so ein bisschen zu drehen. Was hältst du dir von der Castingshow zu spielen? Kann ich jetzt direkt mitbekommen, aber ich habe eine Strahlung gesehen. Ich finde, es ist in der Monarchie gesehen ein bisschen essentiell. Weil der Republik möchte ja eigentlich, dass der Blocher Diskriminierung erwisern. Aber Monarchie möchte ja das nicht. Und deshalb finde ich das einfach sehr gut, eben essentiell. Aber ein bisschen regt mich das auch auf, dass mehr Leute, mehr von der Schweizer Bevölkerung die Castingshow schauen, als der BZ-Talk die Republik. Das ist meine Bemerkung zum Castingshow. Sorry, das ist cheesy. Ja, danke vielmals, Frau Uni Bern. Jetzt ziehst du dich an. Jetzt ziehst du dich an. Jetzt ziehst du dich an. Ja, danke. Jetzt ziehst du dich an. Ja, danke.